Ein paar Nonsens-Weihnachtstieder, zusammengeschnitten aus MyLab-Filmschnitzeln und gefunden mit Hilfe der In-Nateien-Suche auf sämtliche Videountertitel. Viel Spaß! Wir lieben dich, die Hunde! Freunde der Sonne, es ist ein Rost entsprungen aus einem Pferdestall. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten an alle Daheimgebliebenen! Okay, ich habe jetzt noch einen Versuch hier. Freunde der Sonne und der Kekse, wer kennt sie nicht? Die Keks-Emoji, was ist das? Spekulatius-Keks-Tradition? Aus einer Windmühle ein Haus zu fressen. Noch ein bisschen. Tada! Falls sich jemand wundert, das hier ist ein sogenannter Sexy-Burkini. Ja, was soll ich machen? Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 und viel Keks. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!